Was geht weiter? Es ist unnormal warm, ich weiß nicht, aber mir ist es einfach Müll warm. So, Leon, Heil, Battle Pro, Heil, Gusslin, Rauschenlich, Kreis, 19, Max, 25, Heil, Magik, Heil. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. So, ich hoffe, euch geht es gut. Leute, neunziges Mal bleibt mal bitter an den Stream. Weil es macht uns keinen Bock zu streamen. Wie geht es dir? Mir ist warm, aber sonst, also sonst geht es mir nicht gut, eigentlich. Naja. Sag mal Insta, ich schreib mal Insta hin. Ach so, nochmal jeden einzelnen, der TikTok hat. Wenn TikTok vielleicht gelöscht. Warum? Ähm, naja, es privat wird. Oh, TikTok wird bald vielleicht gelöscht in den USA. Hm. Donald Trump. Das mein Insta. Name. Teils auf ihre Streamlasten, liegt da auf ihre... ...und sind liebe. Oh. Ich habe noch einen Schraub. Ich habe noch einen Schraub. Jetzt nochmal mein Eckebleiter. So. Siri, wieviel Kraft ist es? Maul, Alter. 490, der Friedhof, äh, Schillerhals. Oh, die haben alle diesen Bellepsis, den will ich auch haben. Meine Blut, die haben alle diesen Ding. Das ist so unfair. Und das ist ungerecht. Hallo? Hi. Ich stehe aber direkt. Mann. Oh, lass doch was. Hast du diese 2FA? Nein, aber auf nem anderen Account. Achso, weil ich bin leider Nosekin und ich frag die ganze Zeit rum, ob jemand mir ein Skin schenken kann. Okay, das Ding ist … Das Ding ist … Warte mal … Das Ding ist … Was geht halt? Bist du gerade live? Also das Ding, das ich kenne... Ist dieses Skin selten? Das Ding ist... Felix! Felix! Du hast dieses Ding! Das Ding ist... Warum sitzt du? Soll ich wieder gehen? Nein. Das Ding ist... Dass die Dinger Dinge hier sind. Okay, ey. Auf damit. Und dadurch dieses Ding... Kein richtiges Ding. Warum? Warum hast du den Skin? Welchen? Diesen Skin da! Nein, ich will dich nur noch zu stehen! Chill, ist nur noch zu gehen. Oh my god, du bist von TikTok, gell? Guck mal! Wie geil der ist! Der hat den einfach warm! Das Ding ist... Aber das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist... Du bist von TikTok, gell? Geht doch normal, oder? Ja... Tiktok wird schon leicht gelöscht. Vielleicht gelöscht, meint ich. In USA wird TikTok gelöscht. Aber Microsoft versucht TikTok aufzukaufen, damit das nicht so ist. Microsoft? 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 Man, ich will auch diesen... Seine Axel ist rein. Ich frage jetzt jeden auf dem einfach. Daher nicht. Rein, raus, rein, raus! Mann! Mann! Was laberst du? Warum haben wir so zu diesen Galaxi stehen? Das ist so... Oh, das Ding ist... Er ist gegangen. Weil das Ding der Dinger ist... Das ist das Ding ist... Oh, das ist so unfair! Ja... Ich zeig dich jetzt einfach... Das zählt nicht. Ich hab keine Hoffnung. Ich hab keine Hoffnung. Ich bin... Sternzeichen... Nein. Ich bin... Sternzeichen... Äh... Hätte ich 2000 Vibugs... Würde ich in dir nicht gehen. Weil du möchtest das ja nicht. Von dir! Ich möchte ja auch nichts von dir. Aber... Ich feier dich. Aha. Okay, mal schauen, was sich da machen lässt. Nein! Du machst nichts. Wee! Mal schauen, was sich da machen lässt. Nein! 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 Ich wollte keinen Clan mehr. Wenn er mir den schenkt, was ich nicht möchte... Ich will den haben! Mein Gott, Alter! Ich hab den so vertraut. Ich hab den so vertraut. Aber... Man kann das Paket leider nicht her schenken. Aber du hast... Man kann das Paket leider nicht her schenken. Ja. Ich hab am 4. Jahr nur. Ich hab nicht am 23. Januar Geburtstag. Was ist? Wie heißt die? Hast du diesen Paket geholt von diesem Ding? Oder hast du... Hatte keine Wiewachs. Hä? Und wie hast du den Ding mit? Ich hatte genug Wiewachs, aber fürs Paket nicht. Ach so. Dann hast du dir den Einzelding holt. Na du Eierkopf. Oh, moin geh mal. Ah... Also ich glaube wir gehen nach... Ich glaube wir gehen nach... Ich glaube ich gehe nach... Ich weiß jemand wo hier äh... wo dieses äh... komisches Flugdingster ist. Wo auch ein Rift sitzt. Ja... Da oben. Da möchte ich jetzt bitte. Aha... Was hat TikTok gesenke? Hehehe... Ja... 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 Da ist auch so ein Raumschiff. Ja... Da... Und dem Raumschiff sind Raumschiffe der Raumschiffen... Raumschiffen der Raumschiffen der Schiffen den Raumschiffen... Ja, dann kaufte doch ein Ventilator. Ja... 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 Ich habe mir echt überlegt ob ich dir den Skin hol. Was? Ja... Ich habe mir echt überlegt ob ich dir den Skin hol. Nein. Aber ich überleg es mir noch. Du überlegst nicht. Du... Du machst das nicht. Na... 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 Oh mein Gott... Ich teame. Oh mein Gott! Hier team, ich treffe hier fünf Leute... Fünf Leute team hier! Fünf Leute team hier! Noob! Keine aim ne? Ups... Das ist Karma. Fünf Leute! Keiner Noob. ich habe gerade einen gegner beschimpft und da kommt schon sein teammate dann bist du ständigen wassermann nein ab im januar ab dem datum 23 da ist erst wassermann oder 20 glaube ich und ich habe am vierten ersten geboten die vierten januar geburtst und das ist ja leicht gemacht weil du gesagt dass alle dann ich habe alle eure ethiken ja kann sein weiß noch nein ja es war schon elf jahre fünf jahre ah ja hier ist so warm das ist ein mann oh mein gott der ist so krass hier ist so warm ich überlebe das nicht mehr trotzdem fichte ich alle ich weiß nicht ob ich mir nicht mit leid er hat sich nicht mehr und der nächste war ich nur 10 mann ich will diesen um kein gegner muss in die gegner ein bisschen alter für kiel schon kein gegner oder wurde gar nichts er hat am ersten ersten dann hat er nicht entweder angelogen weiß warum weil wurde gekickt das ist doch nicht schlimm ist mich schon drei leute zu weil die die auge die kraft wird kommt im waldkampen der ok 4 4 ok ich hätte schon bringen die er schon er hat schon die reine erheblich im ort ist dann hat er die er schon und hat er nicht erinnert der erste das erste ist äh auch Steinbock glaube ich, ja. Weil abgezählt immer irgendwo ein Datum ist. Ja. Egal, das Mädchen hat sich komplett aus. Ja. Welches? So was. Die da. Die da. Die da hat auch nen Namen. Die da. Ja, muss man schon wissen, wie es heißt. Oh, die die da. Und sie heißt Gaming Girl. Das ist hier echter Name. Was? Das ist hier echter Name Gaming Girl. Hallo, nein. Oh. Nein Felix. Heißt du Lulu? Lulu, was ist das für ein Name? Scheiße, disconnect, disconnect. Luno ist auch hier zusammen, Lulu. Du braucht disconnect. Ach ja, heute ist ein Event. Was du event? Ja, hallo, Event, doch. auch für Autos ja und ob der Köln dies connect man alter es ist ein weiterer ich weiß dass man da war da auch dies gar nicht hätte fast gebumst das ist nicht dein internet das sind die fortnetzwerber mit dem warum war ich will sich verlassen ich will dennoch zerstören er war dann passiert ok ja internet also die server sind abgeschmiert er war das war ich auch so dass er das stehen bleibt jetzt ich habe mich doch ausgekickt worden bist du rausgekickt worden nein nein ich wurde nicht rausgekickt das hat er das hat ungefähr bei mir hat 15 minuten ungefähr gebraucht bis und das ding ist da war es und ich habe mit jemanden wollte ich kennen das von 20 war das wohl also gerade und dann ich bin hier noch gegen sieben weil sie waren die server weißt du was passieren soll entschädigung warte und das ding war er hat mich einfach low geschossen indem ich einfach geleckt habe und stehen jetzt wo ich gekickt habe ich auch jetzt muss man schließen mit die später tokio gut schon er hat ja auch erwarten mal er hat einfach auch galaxy dinge frau weiterform also ich meine männlich mehr schön die spitzsacke finde ich geil von dem galaxy männlichen die disk ist auch nahe so den rest für die chance ich bin die beckling scheiße den tarnung bin ich glücklich dem bergling mann lede deutsch wie sie einfach alles scheiße ich spiele keine doppelspielzeugen deswegen habe ich mir so was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe gehört du bist ein galaxy skin frau mensch ich habe keine wuchs ich habe 1150 aber keine boogie down ich habe auch kein boogie down nein hast du nicht nein du hast mir auch nicht äh zwei picken gesenkt äh zwei drei skins denkst du ich sehe das auch nicht dass du boogie dann tanzt grad tanzt doch es gibt halt menschen die wissen nicht wie man es einfach macht mach pures gold dann wurde gold warte ich werde ne bereit guck mal die luft geht der ist so gut da ist ich muss ihn nicht sprich bringen dieses tanz machst du pur de gold geil Leute oh mein ich habe noch nie diesen hässlichen es ging das ein bisschen bisschen hässlich mit einem lilanen cape ich habe ihn nicht in der maut welchen diesen rollerfahrer darf ja ja und das sollen wir machen lassen dass man auf der straße die ganze zeit nein ich will paar kills machen und gewinnen nein komm bitte auf ihres können wir machen lass 20 bomb machen lass 20 bomb machen nein nein ich bin nein nein wo mein ehem ich hatte gerade 100er präti aus dem fernkampf mit einem fernkampf mit einem fernkampf mit einem fernkampf schon ich meine mp sind von 30 schüssen Felix 5 5 5 nichts 5 5 5 5 5 5 schütte doch das originale das originale originale original 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 May PURN YOUR EYES NA WI 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 Jakob Ich Was lachst du? Was lachst du? Was lachst du? Was hat Gerard wir machen eine 20 Bomben? NEIN NEIN Komm runter, Mädchen, komm runter! Ah, alles klar! Digga, ich hoffe alles, was ist mit dir heute los. Mir ist halt warm. Hast du Marihuana genommen, ja? Hast du Marihuana genommen? Nein. Ja, warum Digga? Was ist mit dir heute los? Ich hoffe, mich Digga zu nennen. Die Nacht, komisch! Digga! Du schreist im Mikro! Ey, wisst ihr, was das Beste ist? Ich habe einen gelbenen Skin, ein gelbener Rücken, eine gelbende Picke und, um das zu wissen, und eine gelbe, äh, 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 Dings. Wie heißt das? Markierung. Hallo! Danke! Ich habe bald alles mitgerichtet. Gib doch! Gib doch! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ich gebe dir, 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 komm her! Ich sub selv mein goudenien Tag! Wieso? Müaime, ich ne! richuuum? 17 ажажge Und mir, und mir, und mir. Was? Du musst klopfen und scheiße. Junge! Hast du Drogen genommen? Nein! Da hast du einen Kick. Da hast du einen Kick. Fuck, keine Mets. Und alle spellen auf mich. Mega. Wenn du keine genommen hast, Digga, warum hast du das so aus? Wie sagst du? I never sing! Ah! Aber warum machst du so? Sie ist immer so. Oh, hallo nein. Ja doch. Das ist doch dieser Skin von Five Nights at Freddy. Hol meine Karte. Und du hast mit diesem Scheiße-Mode. Hol meine Karte! Kann du bitte meine Karte holen? Bitte stirb, 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 bitte stirb. Bitte stirb, bitte stirb. Ich hab meine Kopfschmerzen mit. Ah, sie ist nicht mehr da. Kannst du mein Digger mitnehmen? Kannst du mein Digger mitnehmen? Gott, look. Oh, daaaan. Also, das war anders. Alles cool? WTF? 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 Boah, die haben ja fast gesehen. Als 50% der Fortnite-Spieler. Trink den Biggie. Nein, trink Chessminis. Hä, wieso trinkt die nicht deine Minis? NIN NICHT! BAU, 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 BAU! Ich hab keine Metz. Wie soll ich dann bauen? Du Esel. Zurück zur Lobby. Nein, bereit. Oh, ich bin zurück zur Lobby. Ich auch. Ich auch. Apern, Apern, Tü-Tuchblatt, Eginn Tü-Tuch. Ich bin Kanzius. Chucuk? Ja, Chucuk. 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 hast du den schwarzen gemacht hast du den schwarzen ritter bin natürlich auf meinen anderen account ich habe keine hofs genommen alles genommen sogar deine augen genommen obwohl ich sie brauche eine frage hast du eine beenderung oder eine beenderung das betrunken ja ich habe eine schule oder warum kannst du nicht richtig deutsch wie meinst du ich habe alles ja da lehnton genommen als er der 1 genannten dhs genommen genau und du hast gerade alles adhs ist was zunehmend so medikamente ich weiß nein 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 es ist ja du bist behindert doch und du hast auch die hs genommen der ausgenommen der munde ich habe keine genommen wenn du fisch und zieht aber noch eine ananas ich gerne das ist nicht lustig du lachst wie ein esel man ich schwöre du lachst wie ein esel rausgekommen ich bin ein esel aber die haben fängt ich sie bekommen eselwärts gewissen eselwärts ähm iiii pferd deine stöcke kommen hier ehrenmann ich war's ich habe nicht mehr habe ich kann in den diegel geben diegel einfach diegel was du und ja man hat man hat schöne nach auf mich bestellt dann kam es raus und hier ist ein sniper leckerli öffnen muss ein gegner eine gegner ich komme nicht einfach hoch die gibt einfach ein headshot mit die geld die gibt einfach ein schönes headshot mit die worte sneaker hacker ich schwöre das ist ein hacker er gibt nur ich will ihn zuschauen ich will ihn zuschauen man kann so bitte sterben ich will ihm zuschauen da unten in den chat bei nico auf der nico steht da ich glaube es gab gestorben ich wollte auch das machen aber eigentlich doch ich hätte nur über sein das heißt die kraft wird auch jetzt die mitte macht man das nicht gern mal rübs aus dem morgen er macht es klingt in mich so klingt die meldung und feedback spieler melden äh hacker die tippen und decken diese sr was ist denn mit dem passiert na der gibt es schutz das war gut ja auch hier aber wenn man wie wuchs bekommt wenn man so leute also wenn man die games hilft so leute zu bannen die nicht recht richtig spielen zu schulker es wäre Felix Koppelte in den er immer ist eben das hat gemacht habe so oben er links in die Ecke? Dankeschön. Wenn du mich noch hörst. Keine Ahnung. Danke. Wo ist ein Jacke? Nur mit her. Warte, ich entstürme euch und sehe es auch laut. Du bist angeschossen, pass auf. Ich weiß. Mal schauen, was so im Chat abgeht. Kann man mitmachen? Hab geedit. Niko. Achso, der hat schon vor 4 Minuten gespielt. Camp hier einfach. Nein. Ich muss sogar ziehen. Nicht ich. Nein, ich schaue an ihren Chat. Privat hat den anderen noch gestaunt. Pupu. Pupu Pupu Check. Das hätte ich gemutet. Pupu Pupu. Und jetzt wieder laut geschlossen. Oh, stimmt. Pupu Gold. Ja, Pupu Gold ist in Teams drin. Hi, kann ich mitsocken? Hab abonniert. Ja, könntest du machen. Match verlassen. Ja, bitte. Kann Cry Sonic mitspielen? Er hat gefragt. Ja. Okay. Boah. Ja. Was weiß ich? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Was wissen wir? Sag mal, ja, ja. Was willst du? Was wissen wir? Sag mal, ja. Was? Sie hat sich gemutet. Glas auf Russisch? Ich vermisse die Weihnachtszeit. Verpiss dich. Du nervst. Du nervst. Du nervst. Ich mach jetzt einfach Weihnachtsmusik an. Ähm. Also es gibt so etwas. Das heißt verwalten. Und dann. Aus Gruppe entfernen. Mach mal. Mach mal. Mach. Mach aus Gruppe entfernen. Oha. Mashallah. Und jetzt noch dieser. Da soll dieser eine reinkommen. Der gefragt hat, ob du mitspielt hast. Hab kein Headset. Alles gut. Ich seh das nicht. Hab kein Headset. Okay. Ghost R2. Ich mach es einfach. Verlass öffentlich. Und mach. Okay. Kraft tief. Okay. Mach. Nicht Kraft tief. Nicht Kraft tief. Nein. 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 Nicht Kraft. Nein. Nein. Ich bin nicht. Nein. 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 Ich schreib Epic Game an. Den sollen wir umsonst schenken. Ich mach alles. Ich mach auch. Ich heb auch Müll auf. In Fortnite. Cry Sonic. Warum hast du keine Headset? Erklärer mal. erklär mal warum hast du kein hitze aber wie box erklär mir das ich habe gehört ich werde euch alle kleppen natürlich einige sprachmitglieder können dich nicht hören crazy ist sehr nix da ist einfach crazy sehr nix das war das auch box bei plus ich verstehe es den ps4 party wahrscheinlich hat kein headset es geht ja noch seine besten freundern wo ist der kommst du rein also der starten wir einfach ich zerstöre dich aber er weiß wo wir reingehen um eine edit sitzen absolut nicht was ist mit einem hätte ich sehen sie nicht geändert dann hätte ich jetzt alles getroffen oh mein gott wieso treffe ich absolut nichts aber vorhin in der runde im fußkopf wo die edit sie waren so klein also zuerst mini trinken mein bruder kommt ja heute von berlin na ja okay das ist ein bug was kommt jetzt mit ok aber nicht wieder diese zehn kilometer hohe ich muss mal ganz kurz meine mauswert zur Seite packen ich kann somit nicht äh spielen bringen dich mal bitte um warum der andere spielt noch mit ja egal 1 3 3 ihr hide und da habe ich nix mla kur只是 ich bin gerade so scheiße im ende mit nichts jetzt haben sie noch die schfuchtel ich bleibe nicht einmal umspatscht weil er sowas gepostet ist und sagt herr kann etz ich mache wieder meine alte sensi rein ich glaube das war die die erste person habe ich gepackt und die zweite habe ich ja ich weiß ich sehe kein problem ich meine das nicht ernst was ich hier sage ist nur alles spaß ich liebe den hunderter level davon dann habe ich früher immer sie sind sechs ich versuche nicht runter zu schießen oh mein gott was schreibe ich da ich hatte außerdem auf wegen abos nach höher wo man keinen falschen krieg schieße ich runter schatzen warum bin ich so schlecht im amen heute sehe ich nicht mein tag kriegt nicht mal einen edit rein andere karte gebe zu darüber naja aber ob doch kein headset aber geht es nicht was noch auf schnell in der wand pläsen nein ich wollte aber irgendwas machen ja habe ich schon durch 20 oder er habe ich auch schon sehr oft und dass ich liebe die sind davon so hart ich habe den season ebenfalls gespielt keine ahnung weiß nicht mehr aber auf jeden fall habe ich nicht immer gespielt und ich habe den so oft geschafft weil der einfach nur so geil ist dann warum ich glaube ich muss jetzt eben skin wechseln gehen mit spitziger greifen was spitziger ja spitziger kurz gehen wechseln ach so so ich kenne diesen däckern halt einfach auswendig glaubst du ich nicht hehehe nein habe ich jetzt kann also alles zu machen das hätte ich treffen müssen ich mache jetzt warte er will wieder kario anmachen das nervt richtig saunata ich spiel auf kont- oder rad auf was spielt so auf der Mausenkontaktur ich spiele auf kontrolle also ich wollte oder mit dieser ne pasche weil ich nett bin mache ich das für dich warte ich komme sofort ich komme morgen achso wie er einfach heute sehe ich nicht mehr in takus hey man wer hat mir da wer hat mir da denn hab ich zuletzt gestorben mich also bist du erheerung ja ich wollte eigentlich dich wollte ich was du spielst ja auf kontrolle aber ich war gestern viel besser drauf ich weiß nicht warum ich mir vor mir so scheiße bin du bist immer auch scheiße für dich reicht's hallo für mich nein nicht für dich für diese gaming girl du weißt wie ich heiße hör auf damit mir hast du lieber entschuldigung und wir sind auch nicht mehr ich bin ich habe ich mache so wird sehen sie von gestern noch und aber die Reise mit der Reise 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 scheiße ich weiß nicht was ich machen soll wenn sie oder ich habe heute einfach ein scheiß tag obwohl ich gerade im pures gold alles getroffen war scheiße das im pures gold alles getroffen ja weiß noch dieser eine der ja der der hat nur jetzt verteilt wir uns angeschaut hat als wir genockt waren er hat sich direkt auf unseren kopf fixiert also komme ich habe manchmal besseres wenn ich nicht ziele als wenn ich jetzt sind wieder vier leute drin das ist warte crazy snacks dass mich doch mal nicht so gut ist du jetzt vom sturm erfahrst du warst du krieg bekommst er wird von den langen geht auch nicht ich habe so verkackt ich wollte borna war kann man um erde viel zu überlegen was ich falsch gemacht habe ich hätte bauen sollen ich komme so drei also als er halb gibt begonnen hat er da schon season 2 spielen können aber da habe ich noch also wir hatten freund gesagt ich soll es schwer unterladen aber ich wollte es dann nicht also beziehungsweise ich habe sie mal vergessen ich habe ein wort egal ich habe so hätte das weiß ich mal so kross ist es jetzt auch nicht ich habe so ich weiß es halt weil er im nahe kommt mit auto-hämie ist kross es ist einfach gleich tot ey 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 ist so schlau ne er hat sein glückisch noch geworfen hä du kannst ihn trotzdem aufheben nein wenn er den wirft kann man ihn nicht aufheben ach so hier ist es auch so ok ich dachte dass er nur in diese Klicksbox war das ist nicht mehr ja aber er er ist nicht mehr was ist und wach bleiben hübsch er und schüttel eine Mutter kommt am 31.8 wieder aus dem Krankenhaus aus jetzt bin ich schon seit vier monaten nicht so sehr und gewohnt wo mein bruder der vater ja ja also ist ein bruder dann halt aber eigentlich ist es für mich egal hauptsache also bitte hat alles repariert ich lese so als dass man es nicht versteht ihr könnt mich ich habe es wenn urteil fingerabdruck verlangt ich bin gerade so dass mein fingerabdruck nicht erkannt wird okay ich versuche mir jetzt zu konzentrieren ich nehme ich jetzt nach vorne und versuche alles zu treffen ich will jetzt was mein stimmte leid nein ja meine finger aber ein kuss aus auch ein leibes nicht mal ich den streams nicht schon trotzdem kann man mal leidner auf erben fahrt hey hey wenn ich wieder sagen dann bräuchte eine hilfe egal mein mauspads ist so am klitschen am glitschigen das anhört ich habe mich bisschen versprochen ist peinlich noch mal zu sagen ich glaube leute will mich als zwölfjähriger einschätzen die spielerin kappa gg wie oft noch glitschen klingt geil herrschie break hama tot haha ich bin jetzt auf die pola mp im kampf was mich immer frage warum kann man so schlecht auf kontroller sein obwohl kontroller man einfach nur in der hand hat oder einfach so einfach endlich scheiße mal meine finger gg die bei jern so weg tot oder was wird so dass ich das mit in meinem namen steht 15 der radio light der f park die durch nur 30 und da kommt ich glaube es lebt noch einer in der video beschreibung mein insta ist nicht vorhanden hätte man bitte okay nochmal schaffst du auch als das nein die 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 das der die bei nicht so mein Ding ich bin ich bin weil ich weiß nicht was ich drauf schreibe ich bin scheiße im Text formulieren was tut es deins? ich hab keine Freunde GG der wer bist du? der der Ananas Kopf und nochmal GG und nochmal GG break your hast du einen Freund? nein ah natürlich trifft das nicht obwohl fahren kurz rot ist single single das weiß ich nicht nein ich bin nochmal GG ah jetzt weiß ich was ist die Leute scheiße ich hasse es wenn so Leute haben meine Ohren spicken und nicht weg gehen von mir und irgendwie back dann das Auto immer auf dem einen herum also nicht backen irgendwas anderes keine Ahnung egal meine ich brauche jetzt keine Ausreden ich sage einfach ich bin zu schlecht ja ich weiß auch so schlecht ja aber für dich reicht's das merke ich mir mach doch oha wenn du dir das überhaupt merken kannst was ist für mich so schlecht gewinn ich grad gewinn ich grad oh mein gott ich muss gewinnen ich bin halt einfach schlecht so ist mein ersten solosieg geholt wird jetzt kinder wir möchte jetzt schon äh kinder haben oh ne digga ich hab den jump verkackt ich hab gewonnen und ich bin der beste noch fragen darf ich hab nichts gemacht jetzt wird es so sechs jahre alt und sitzt dann mit seinem freud hoch ich hab sie gegeben was was wer redet jetzt mit dir bist du wieder da okay ich bin wieder da okay pass ich hab alle aufgegessen das ist das ist normal bei mir also wenn du mit mir spielst merkt ihr das dass ich durch alles durchgehen wenn dein lappen na das ist immer so ich weiß nicht warum das ist einfach nur so spiel gewonnen hat also nicht gewonnen hat das ist einfach nur glück dass ich durch alles durchgehen ich zum beispiel gestern jemand hat dreimal die treppe editiert und ich bin auch immer durchgekommen und habe ihn tot gelasert ja ich würde auch nicht mit dir spielen wollen aber ich bin dazu gezwungen weil ich keine freunde oha 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 schießen hallo also schießt sich nur unter wenn du kein falsch an kriegst krieg kein editing ich hatte noch 19 aber ich hätte die kette vom fahrrad ja ich habe eine frage wieso schreibst wenn ich die man nervt wenn ich wüsste wo du wohnst würde ich dich vergewaltigen und ich würde die polizei rufen ich kann auch nicht mit männerskin spielen eine frage warum müssen das wäre doch nicht von hinten du bist so jetzt seid ihr 15 eine bitte an der ich werde ich habe keine Ahnung warum da steht irgendwas mit äh kommt halt nicht auf einer anderen machen wir gg nein da bleibt er halt drin marschall wie alt seid ihr 15 ja du weißt ich ich meine die anderen beiden ja die wissen ja heute nicht ich merkte ich merkte ich bin zwölf anhalten nach 20 ne 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 jetzt vergessen mit richtigen namen oder mit welchen wegen dem es wenn ich so schaffe spielen ich habe ich bin sehr oft deine nummer ich kann erst noch nicht mehr schreiben ich habe den größten händler nicht denn es gibt ich habe mich in ihrem ladekabel angeflossen gemacht und der lcd ist gerissen nein nicht das gab sondern das war drunter dass der tatsch und das nicht funktioniert ach du scheiße verdient man er sagt verdient digga dafür dafür krieg ich Karma und bei einem Boden hehehe habe ich was gesehen nein es ist so schade kannst du nicht oder was das ist unnommal kacke wenn man kein handy hat einfach mal spitzsachen kann er hat noch drei fische dieser jahr quatsch und linie ja ja quatsch schule 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 aber vielleicht werden gleich die Wielbieter abwarten die zu grüßen ich bin gleich noch ein bisschen auf dem Balkon und dann geht es noch er geht auch bei Kronen und hoffnissen unter hrm 1 natürlich mann ich habe das war ein schöner Hits 8 und das war ein schöner Hits das ist echt gut gemacht Was für einen Hit hast du mir gedrückt, Bro? Er hat den 80er gegeben. Eine Frage an euch Jungs, na jetzt mal ehrlich. Warum? Eine Frage, jetzt mal ehrlich. Warum müssen Jungs sich einfach Bro nennen? Das ist voll kass. Warum müssen sich Mädchen Girl nennen? Hey! Oder Baby! Oder Cutie! Oder... Weil wir alle Familie sind, ihr Jungs. Wir sind alle eine Familie, alle! Wüsste das? Weil... Wir sind eigentlich nur... Wir sind Geschwister, und ja, wir sind Geschwister. Und mein Gott, du Eier sagt, er lutscht schon mal im Schwarz. Sind alle Geschwister nur von anderen Eltern, ich sag mal so. Aber egal. Alle Geschwister nur von anderen Eltern, so. Das heißt, wir sind ja eigentlich Geschwister, falls das wirklich stimmen sollte, dass am Anfang nur zwei Menschen gab. Ja, alle. Wir sind ja eigentlich nicht. Ja, das sind wir alle Geschwister, und das heißt, wir machen alle Sweet Home, alle Bad. Was sind Geschwister? Ja, wir sind ja Geschwister. Ja, das sind wir alle Geschwister. Die gab's Play doch nicht mit Empedia. Doch, wegen Schor. Adam und Eva. Jeder war schon mal mit sein Geschwister. Wir haben Kinder gemacht, und die Kinder von denen haben noch mal Kinder gemacht. Das ging... Und das zieht sich immer so weiter. Ich weiß. und seitdem habe ich aber ihr sagt ihr das dann dass wir alle brüder und schwestern sind aber wenn sie nicht alle kursen wir haben nur die leute von den gleichen Eltern kommen hey wir sind äh Geschwister nur von anderen Eltern so ach so und deswegen sagen auch die Typen immer so hier ich hole meine Cousins ja oder wer war ah ja dann nennen wir halt Cousin und Cousin Alter was ist daran was passiert ist doch alles das gleiche Mann ja Deiner Cousine dacht so legal in Deutschland heiraten mit deiner Schwester nicht wir sind auch egal wie fandest du mein aimboot kacke ich war es habe ich nämlich an den Skilern gepost kacke morgens ist Sonntag gefahrt natürlich gibt mir dieser scheiß deadpool einen größeren Hitzeis gehen kann sie einen Fisch haben lassen wir nur den Kühl hey du bist ein kleiner Spaß ey ey nicht beleidigen doch keiner tisch ist schocktisch spaß ist keine beleidigung das ist eine tatsache boah halt die Fresse Felix ey ey ich fühl mich voll beleidig wisst warum weil ich sage Felix und das Ding ist meine Katze heißt Felix und dann denken wir immer ich beleidige meine Katze dazu ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß ich kann ich kann diese marken nicht ausbreiten irgendwelche diese marke du ist eine marke und kein essen Nein, warte, das ist so Chips, na, ich kann die Marke davon einfach nicht aufrechnen. Ich weiß nicht, aus welchem Land die kommt, der Mama, Alter, ich hab ein Chip gegessen. Fühlt sich so an, als hätte ich, kids, ja, so fühl ich mich an mit. Peperoni, diese Chili-Schrotten. 5 Peperoni, so schlimm fühlt sich das gerade an. So komm ich auch, weil ich Chips. Oh, Maschallallah. Der Spaß. Maschallallah, einfach die Geile. Ey, konnte jemand das genießen? Kommt jemand das genießen? Ähm, ich komm aus Österreich, was willst du von mir? Aus Österreich, Ella. Alle Österreicher ist schwul, hab ich geracht. Ähm, dieser, äh, was für, äh, schwul, Alter. Aber man, so wie du's fällst, kann ich ausfällen. Boah, dieser Akzent von der, äh, Akzent von der Schweiz ist so geiler. Oh, schweiß ich. Hä, er hat nicht gebaut, es hat geleckt. Aber ich hab dich auch nicht runtergeschossen, ich hab nur auf dich gezählt. Lieber halt wirklich diesen Akkent von, äh, von der Schweiz. Ja, ich hab 300 Papier jetzt gerade auf einmal gehabt. So, ja, das ist, weil, das ist so scharf, dass du gerade deine Internetleitung unterbrechen. Ehrlich. Haha, lol. Aber was nennt sich Liebe scharf? Und ich nicht von meiner Mutti. Stimmt, ja. Ich will so scheiße in den Game. Und Felix, der Leister, wer das hachst, das stimmt. Oh mein Gott, das wär sogar gewesen, das ist okay. Kim, ich, 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 ich. Ich lebe noch immer. Ja. Ich hab, guck mal, ich, ich hab... von M9 6 5 B? Ich du! Was? Atriano was? Wie alter ist? Ich weiß wie Atriano ist. Ich weiß auch wie alter ist. Wie alter ist? Als genug? Geil. Esel lachen. Junge alter, er ist so Keyboard-Spieler. Sag noch einmal Esel lachen, mein Gott einer, ich kick dich. Esel. Ich hab nur Esel gesagt, du sagst bei Esel lachen. Ja, ist das gleiche. Typisch Frauen. Was für typisch Frauen? Ich hab dich typisch Frauen, Alter. Hast du gerade gesagt, dass Essen, das Essen-Frau steht für schlau. Du halt die verdammte Scheiße, weil das nicht gibt. Na jetzt checkst du's erst. Hä, hab ich jetzt auch gesagt wie Esel. Du Ente meinte ich. Ente, ja, Esel, dann ist doch alles dasselbe. Verhalten, verdammt, das interessiert. Nein, Ente schmeckt lecker, Esel nicht. Oh mein Gott, schmeckt der Laser, du Eierkopf. Nein. Du Kajerkopf. Wow! Schmeckt der Laser, du Eierkopf. Ach, heute nenn ich Felix F. Ente, jetzt mal Eierkopf. Weil er wurde vom Sturm geholzt. Der Sturm, also ist halt keine Gegner, der Esel ist der Sturm. Du Ente. Tamam, ich hatte 8 HP. Tamam, Tamam, Tamam. Tamam, Tamam. Tamam, Tamam. Tamam, Tamam. Tamam, Tamam, Tamam. Tamam, Tamam heißt okay. Tamam, Tamam. Tamam, Tamam. Tamam, Tamam. Und die Tür steht bald Ramon da. Ist dir jemand Türke? Ja. Ist dir jemand Täneser? Schade. Möchtest du Schweinfleisch? Möchtest du Protein ohne Schweinfleisch? Ich hab kein Schweinfleisch essen. Ich hab kein Schweinfleisch essen. Protein ohne Schweinfleisch. Ich bin mir zu. Hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Keiner fickt mit dem Ficker. Hast du nicht die Stimme. Was? Keiner. 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 Was? Das? Diese Lache ist... Geil. Renegade. 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 Rauch. Maul. Go. Wer redet jetzt mit dir? Das ist ein guter Spruch, oder Jungs? Was? Was für Jungs. Alter, hier ist doch noch ein bisschen dabei. Keiner fickt mit dem Ficker. Du bist doch da ja. Wie fickt wird. Was hat sich alles für sprich, ey, Jungs, Alter? Die Ficker der Ficker. Ficker. Ficker der Ficker. Ficker der Ficker der Ficker. Ficker der Ficker der Ficker der Ficker. Ja, Bruder. Nein. Ich mach jetzt Deutsch. Ok, ich mach jetzt Deutsch. ich bin zwar keine mp aber ich bin krass mit mp du sprayst soll ich dir mal zeigen was mp aim ist fang nicht mit mir an ich bin gut mit mp aber ich bin nicht auf mp wo bist du da bist du unter mir wo ist der eierkopf das ist mp ja junge ich habe auch nicht mehr viel api ja ganz normal wird gelöscht in usa amerika hat nur hat nur darüber also hat erst überlegt aber machen die amerika will das nicht machen ja 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 ich wollte es so ich habe aber ein video gesehen ja wir haben auch darüber theoriert theorien hat du läufst schon wieder durch jede wand ich nenne was adrian adriano vergiss ich das oder wieso zu voll dafür und das auszusprechen der nennen ja kann ich dich auch einfach selin nennen nein salami nennen sie salami 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 mich nennen alle aus der schule salami ich heiß gerne schweine salami schweine salami pute schmeckt aber gibt es auch pute salami ja es gibt ja es gibt ja ich schwöre ich habe jedes mal wenn wir zusammen frühstück und nicht von meiner hausse alter gibt es immer pute salami also ich jetzt immer hund und salami aber so ist das nicht so gut aber so ist das nicht so gut aber so ist das nicht so gut pute und esel hört sich genauso wie du hallo 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 salami das ist ja komplett vorstelle nicht von gestern ah ja hallo 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 nein du hast mir heftig falsch angegeben hör auf zu schießen das ist du hast mir 107 falsch angegeben kute hör auf zu reden habe ich dir falsch angegeben ja ok entschuldigung dann mache ich das wieder gut indem ich mich töte ey seit wann entschuldigst du dich felix ähm also häss ich mich mit dir entschuldige ich mich nicht oha entschuldet sich nur bei coole leuten mein alter wie heißt du auf tiktok nochmal kute ich sag nicht und sie abonniert dich hm 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 was ist t punkt selima mit drei a's aaa oder ich lass mich nicht sandwich'n sandwich i'm a sandwich classy gougi wick ey Felix soll ich noch in der ruhe ich hab gedacht ich lass mich nicht sandwich'n i'm a sandwich eine Frage, macht einen Finger runter, wenn ihr schon mal Ohrwum hatte von Sandwich, äh, Savage, also von Sandwich, okay, ich weiß nicht, wie ein Ohrwum hat von Sandwich, aber die lacht ja wirklich, wenn ich sie hol mal Luft oder das hört sich so an, es wird so nach Luft schnappen Werbung A-L, was, a-R, wie spielt es das, A-R, 3220 sollte schon bei Fabian drin sein Moby Dick, äh, äh, Adriano Kann ich, dich a-din? Nein… Nein, bitte, sag Nein, bitte, sag Nein, bitte, bitte ja da ja okay Mann Adriano oha er hat jeden Wert gesagt dass ich den Abnehmer ja Ehre Ehre mir wird das egal aber was er macht so gar er nimmt bis zum Ditz an ich wette es mir ist es nicht scheißegal bei einem du wirst ich sag mal ich würde diesen Bruder er ich würde Ficker erst ficken boah ich feier diesen Namen voll Adriano Neuigkeiten also ich gehe mal ich suche mir mal andere ich bin ich die Einzige Hallo bin ich die Einzige die 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 bin ich die Einzige die äh äh diesen Namen äh Adriano weiß ich nicht dein Name ist so hart gar nicht was erklären sie oh mein Gott ich bin gleich mit dem Level zu Ende kann man wie alt bist du noch mal Selin Selina stream ich weiß es nicht Selina 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 wie alt bist du nochmal mein Gott den vier oh lügt oo nICH hey lügt m mich das meinte ervland Oh mein Gott ich bin die Erste Ich bin die Erste ich bin die Erste mit den Level Ja hey Gaming Girl wie heißt du Selina mit m nicht mit m Selina Selina mit der welt okay ich glaube ich kann nicht mehr oder warte adriano kannst du kaste machen und kosten wesen noch mit scheuchen nicht mit dem ficker ja ich kann ein zwei runden machen okay ich bin recht verleidig es läuft wie heißt der eine nochmal? wie hieß der grad nochmal? Felix ich mein mit plästischen Namen ja A E nee warte der heißt A E A E A R E A R E O FELIX ja ja Adriana Adriana Gwende 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 Okay Woraus nicht zu hosten alles gut ich verlassen wie soll jetzt ich glöb kurz oder weh jemand du zocken oh ja da gibt er Moby Dickson wunow Okay wollt ihr zusammen zocken oder ich gräder und hab ich ein Solo aber mir ist egal zu machen hat ja ich will es mit ihm weiter zocken oder willst du doch kreativ weil wenn ihr kreativ zocken wollt dann verlasse ich nur wenn du dann kannst du ein bisschen durchspielen ohne mich ja du bist ein du kannst das ja auch zehn euro die stunde teilen da darfst du sogar mit uns spielen aber das braucht das stimmt mir ist das egal ja okay dann verlass mal hier ist ein komischer name da die bewahrt ich lasse ich ein ok mein bruder kommt heute von berlin salam aleikum salam hat mich jetzt gerade überhaupt gehört was ich gesagt habe die wohnheit was ich gesagt habe soweit die andere so zwischen gelacht ich muss ich mich noch mal pures gold an ich bin so hessig ich lasse mich selbst lecker Boah, mach's hier weg, Alter. Level 8 ist Level 1 ist es Level 100. Weißt du fragen, warum wir weiter schon Level 100 seid? Ich hab nicht... Ich hab nicht hochgekocht. Ich hab gelevelt. Boah, ihr seid so Schocker, Alter. Nur Herausforderungen gemacht. Ja, ja. Fake. Echt? Spring? Oha, seit wann hast du Adriano Duzerden? Seit Season 3, würde ich sagen. Ich will den auch haben. Nein, Spaß, ich will diesen Galaxy-Skinder aus dem Shop haben, weil der so geil ist. Ich hab den auch mein zweiter Count. Oha. Wenn ihr diese 120 Kills macht, äh, 20 Euro, ne. Ja, ich hab keine 20 Kills, weil ich nix für Geld erstens mache und zweitens weiß ich sowieso zu scheiß dafür bin. Und Fortnite macht nur Spaß. Hm. Jetzt wurde in Amerika am TikTok verboten. Hey, Mobiley, wie alt bist du? Was schätzt du? Keine Ahnung. Ich mach jetzt eine... Leute, Leute, lass mal alle, äh, äh, wenn ich du wäre, spielen. Der andere, der mit diesen komischen Namen da, der soll mal bitte lauter stellen. Der eine soll sich äh, lauter stellen. Stell dich mal lauter kristallscan. Ja. Und lass mal was heutiges dringend. Und lass mal was heutiges dringend. Hallo. Du schämst dich auch nicht selber, warum sollte ich mich schämt? Tschüss. Ähm. Also warum wäre es schwer, wenn ich du wäre? Ja. Ich fang an, weil ich ein Mädchen bin. Okay. Wenn ich du wäre, wärst du auch zu rülpsen, ne? Du musst sagen, erst mal wer? Ja, ich! Warte. Ja, du musst sagen, wie du nimmst. Achso. Achso, ja. Das wird ja auch viel Spaß gemacht, ich hab's richtig gemacht. Ähm. Ich nehm.. Warte, der eine der Christallskinnen kannst du reden? Ja. Okay. Sonst lauter, okay. So. Dann nehme ich dich. Ähm. Wenn ich du wäre... ...und du... Ja, ich hab's mit einem Regner ganz recht stehen. Oh, so ich bin ja purist gold. Schööre ich nicht, äh, die schäd' ich nicht. Die anderen sind so laut... Wenn ich du wäre, musst du... vor jedem Gegner tanzen und versuchen zu ziehen. Du darfst keinen klären, du musst tanzen. Tastu, komm! Tastu! Auf Ehre! Hitze! Oh mein Gott! Hinter dir! Hinter dir! Ich muss nachladen! Nice! Ah! 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 Bitte! Bitte! Ja chill! Nein, er finischt! Bitte! Ich hab 20 AP! Oh Mann alter, er hat mein Johnpad. Ja, Lana hat die Tür auch auf! Lana Tür zu machen! Lana weg! Hey, er blickt sich da! Meine Schwester! Die Lana! Der Hurensohn! Ja, dann bin ich nicht so laut, wenn die Tür zu ist! Wie alt ist deine Schwester? Ähm, sie ist... Eigentlich ist sie 9. Dann mach die Tür zu! Ja, hat sie schon, aber sie macht einen auf... Ah! Auf was? Sie macht einen auf! 75! 75! Warum? Und du mal denkt, die darf alles! Und du machst so ein 3-jähriges Kind nicht was! Und du bist 14 Jahre lang oder wie? Nein! Du hörst das an die 18! Nein! Die hat schon eine Raucherlunge! Mein Gott, ich hab mir mein Leben noch nicht eine Zigarette geraucht! Ja! Ich hab das für eine junge Familie... Das einzige, was ich bis jetzt in mein Leben geraucht habe, ist Shisha gewesen! War jetzt klar! Ich wusste, dass du das jetzt sagst! Ich wusste es halt einfach! Und das gestern zum ersten Mal! Und das gestern zum ersten Mal! Und das gestern zum ersten Mal! Und wie war's? Krass! Auf jeden Fall! Dafür, dass ich das... Mein Vater hat so richtig gedacht, dass ich huste und so! Und von Bausch wird der Kettenraucher geil! Nein! Ich hab gesagt, ich würd' ihm beide keine Zigaretten trinken! Nur ab und zu mal Alkohol! Okay, kann's weggehen! Warum? Ich weiß was, ich... Ich kann... Allah, Bella, noch jetzt einen Spaß! Boah... Ich hab gerade so Bock auf die andere Bilder... ... immer wieder... Die armen Amerikaner! Die haben jetzt kein TikTok mehr! Die haben TikTok! Boah! Äh, äh... Alle haben gesagt... Da wurde TikTok verboten! In Indien wurde TikTok verboten! Äh, auch in Amerika haben alle gesagt! Nein! In Amerika war es eine Theorie! Die wollen TikTok da nicht löschen! Weil in Amerika kommen die drei Leute mit der meisten Follower her! Und wieso wirst du loben? Weil ich... Weil wir da schon gerade stand, dass wir lobbyen müssten! Eine Frage! Könnt ihr jetzt mal ein bisschen verdammtes Scheiß-Presse halten? Ist mir ehrlich... Ist doch scheißegal... Wo was jetzt gesperrt ist, Alter! Seid froh, dass äh... Bei uns in Deutschland jetzt nicht mehr... Ihr in Deutschland haben! Ist so, Alter! Seid ihr jetzt eigentlich schon nächste Runde? Ja... Könnt ihr mal lieben? Natürlich landet wieder die ganz kurdische Familie, ja... Könnt ihr mal bitte lieben? Warte, wer... Nee, warte! Die Jams und Kohlen jetzt holen! Also, wir... Ich habe sowieso... Das weiß ich jetzt schon! Ich glaube nicht, dass wir sterben! Das landet mir halt so viele... Man, fuck! Ich will gewollt, Scheiß! Oh! Schön gewohnt, toll! Mann, fuck! Doch, mal, Alter! Die kleine Poppen... Die Poppen-Spiel, Alter! Und dann den historiert das Spiel doch einfach! Ja, okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich geh ins... 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 So... So... Wie macht man das? Äh... Anwendung... Schließen... Gespeicherte Daten... Hochladen... Auf Update... Überprüfen... Update verlaufen... Löschen... Soll ich? Das Ding ist... Ah ne... So... Könnt ihr bitte kurz verlassen? Ach, du weißt, ich geh jetzt einfach halt auf weiter... Ja, warte, ich hab grad 17 Költs! Oder... Oder lass mal... Oder lass mal kurz... Äh... Bis paar Runden... Äh... Für uns... Äh... Oder habt ihr diesen Emote... Diesen... Äh... Roller-Emote da? Ja, hab ich... Dann lass mal... So ne Challenge machen... Wer als erstes sterben will... Und dann lass mal mit... Äh... So ein Team... Äh... Also versuchen die ganze Straße... Äh... Langzufahren... Ja... Jeder eine einzelne Runde hab ich gehört... Widerstattet selber Solo... Okay, ciao... Och... Ja, ciao... Ja, okay... Äh... Kommt raus... Und... Habt ihr den Emote... Was... In Deadpool... Nein... Habt ihr diesen... Eine Emote da? Welchen... Ja, diesen Emote da? Ja, bei uns Lobby... Ja... 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 Nein... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Lieber... Ich hab den... Ich hab den... Der... Ich hab den... Lieber... ...Ganz... ...Fahren... ...Nach... ...Bass... Ach... Gegen... Das ist eh... ...Unnötig... Nein... ...Andreano... Das ist eh... ...Ein... ...Andreano... ...Hallo... ...Andreano... Ja. Hast du den Emote? Also den hier jetzt. Welchen? Für diesen Brollerbüste. Keine Ahnung. Hast du den? Dead to the Emote. Weit ich nicht. Ja, dann such doch. Der ist auf jeden Fall rot. Ey, jetzt ist schon mal unten. Ne, ich muss kurz meine Mom nöten. Slush. Hab den glaub ich nicht. Nein, okay. Okay, du darfst das machen. Seht ihr nicht, dass ich tanze? So, jetzt. Okay, wir versuchen jetzt zu teamfertig auf. Wir tanzen jetzt den Tanz, so. Let's go. Die ganze Zeit, das mit jedem Roller immer auf fahren. Wir fahren die ganze Zeit auf der Straße. Die ganze Zeit, wir müssen richtig, als ob das in real life ist. Einfach real life. Und wir dürfen keinen kehren. Ich weiß, ob wir uns kehren. Wir machen einfach weiter. Wenn du mich ziehen, ist, fahr weiter. Ja, fahr einfach weiter. Einer schreibt, wie echt bist du. Kammern 3. Und keiner darf diese Straße verlassen, okay? Außer wenn da mal Wasser ist. Aber ich weiß, dass da überall ein Weg ist. Dabei ist heute ja so eine Brücke noch dabei. Wollte Lampen? Wo wird die Lampen? Wo wollt ihr Lampen? Sollte gut? Oder woanders? Oder woanders. Lasst hier landen. Lasst hier landen. genau hier war die brücke oder was ja ich schwör heute ist blöder tag heute ist kein blöder tag mir ist auch warm jahr heute ist das nun war ein bruder kommt von berlin er ist 23 23 und dann dann läuft die tormelle beurte was hast du was gesagt was habe ich gesagt ich hab nichts gesagt okay dann lass mal landen jetzt dann geht es los wenn die runde mal anfangen würde die neue season kommt erst im oktober oder september nein september und weil es kommt dann wieder bis die neue season anfängt dauert so drei vier monaten so okay wir landen sollte man hier genau hier bei der brücke da könnt ihr noch nutzen lebe brauchen nicht zu nutzen wir brauchen gar nicht zu lieben wir suchen in reine immer noch keiner sagt auf die wiese ihr müsst immer auf der straße bleiben und ihr müsst achten wie auch in wirklich deutschland müsst ihr achten wo die richtiger seite ist wo die autos an mit zusammenfahnen oder ja wir machen auseinander enteinander äh adriano also hier bis schweiß ja adriano ja adriano doch wer ist da uuuhh scheiß ich glaube es ist eine allergie oder so kann sein ich hab auch verleihung adriano ja ok komm her äh versuchte ich nicht falls uns jemand wirklich anschließen möchte dann könnt ihr euch bauen oder meine kleine schwester verbindet sich mit meiner facebook über die remote app und sagt und dann geht zu ihr hin und sagt sie soll aufhören warte dann sagt sie zu meiner oma und zu ihr dass sie aufhören sollen dass sie sagt ne ich mach das gar nicht kann du sie sagen weil sie hat mein krepp net ein leid ihr müsst aufpassen weil da vorne sehe ich ein ja ja kommt einfach her kommt einfach kurz alle zu mir alle die kurze landen bei hier achst du da bist du achst jetzt gleich dürfen wir äh nicht warum machst du ne waffe jeder bekommt ein mini komm her komm her hier hallo adriano hier hier du bekommst auch ne waffe so hey ne hier ist ein hussfahrer warte warte da ist jemand wenn der mich nervt hätte ich den snipe ihn also ich geb ihn mit pistole hält aber doch nicht mit snipe her die ich einfach verkaufe ich ziehe jetzt durch leute ab ihn echt ja als auf ja hallo warte warte wir müssen warten nein ich ziehe das jetzt durch hallo warte wir müssen hintereinander bleiben hallo komm her komm her adriano bleib hallo hallo warte wir müssen warten auf diese ok ich werde sagen der älteste geht durch also ich ich habe auf die rechte runde gelieft hä warum mhm ja ja dieser typ hat mich durch gefinisht ja und wir könnten einen cut nehmen und dann hier war eh noch ein jump fett ich habe einen jump ich habe einen jump komm mit komm mit oh mein gott komm her komm mit komm mit nein der hat das jump abgebaut nein nice ich baue mich ein und dann ist so schlecht so so äh hä was ist im Boden das ist einfach so vone ich das oh mein gott er hat es einfach geschafft also wie ich ihn geholt hab du hast gar keinen geholt weil du bist schlecht ich war so one hit und er hatte noch 100 AP wie du lügst du? ich schwör auf alles lüg, warum lügst du? ich lüge nie du lügst aber mal wenn ich dich sehe, lügst du guck mal, willst du nach oben? ja ok, kannst erzählen du bist wie mein Freund aus der Schule der sagt auch das gleiche vielleicht bin ich der Freund aus deiner Schule ich bin aber Türke vielleicht bin ich auch Typ ja, ich hab auch nicht vielleicht hättest du auch Adriona vielleicht lüg ich euch nur nur mit meinem Namen vielleicht hättest du Moromet Moromet unter einer meiner alten ... heißt Moromet oder Schacharitz das陳ement mit und ali also alle leser und soviel lieben riesen sein dass wir noch mir nicht über irgendetwas und gottig als mara ob es müde wer ist wieder ich glaub die ist nicht müde ich glaub ihr ist richtig warm die war heute im streichelzoo streichelzoo gestern war der tag für muslim auch wenn hier keine straße ist egal was gestern war dingens weiran ziegenräume brafe töten heute auch aber es war ein muslimischer ding ja heute auch ja heute auch welchen land kommst du aus welchem land ja haram willst du gar nicht wissen kurde somedien boah ich bin ein rein rassischer deutscher ne ich bin trotzdem mehr ausländer als du ich bin afghaner bach pfui geh geh auf der lobby hey die einzigen ausländer die ich nicht mag das sind die ausländer die keinen respekt haben ja mein land hat respekt denn der film hat sogar angst vor meinem land nein es gibt es muss ja nicht ich sag ja nicht dass es nicht ich sag ja nicht dass es dein ganzes land ist es gibt einzelne personen die einfach keinen respekt haben leute die ich nicht kenne zu dem habe ich respekt weil ich nicht weiß wie die sind aber wenn die guck mal nicht auch manchmal einfach welche die ramm mich so an machen eine auf krass und so die leute regen mich auf ich hoffe die autos kommen langsam boah jana egal boah was ich jetzt auf tiktok nur sehe ist warte ich ja ich hab heute meine ganzen for you page wo ich einfach runter gespielt habe einfach die ganze zeit gehört tiktok wird in den usa vermietet und dann noch herr anwalt und dann alle anderen noch einen tag denken ich brauche mal mehr likes auf tiktok ich hab nur 10 oder 15 bisschen ich geh jetzt vor mir ja ich geh vor mir äh hallo wohin gehst du denn auf welcher seite gehst du denn ja hallo äh oh mein gott jibo lass mal gleichzeitig machen damit wir gleichzeitig nach hinten gucken ok 3 2 1 los oh warte nochmal shit zu früh 3 2 1 los nice geh nach vorne perfekte geh nach vorne ja hm hab ich gleichzeitig zufrieden nicht darüber bleib hier hallo ja 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 was ach ganz ich man ja italien ja 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 wieso mich und nicht die blöcke der stream sniper versuchte nicht zu gehen versuchte nicht Nein, okay, warte, warte, ich liebe warte. Nein. Oh nein. Ich bin down. Versuche das zu killen. Warte, da kommt noch jemand, da kommt noch jemand. Dann müsste ich da einstaufen. Geil, wir schauen. Was soll man machen? Alter, dieser Renegade Raider hat gutes Kind kommen, wie dieser Fake Renegade. Ja, ja, ja. Boah, das ist heftig. Ich stream schon seit einer Stunde und 46 Minuten. Ja, geil. Ich hab schon so lang. Ich hab gewusst, dass der Galaxy Skin teuer ist. Ja. Aber in Amerika wird's wirklich jetzt ähm... Egal. Egal. Gegen China. Der ist jetzt auch for you bei mir. Ich will diesen Galaxy Skin unbedingt haben, das ist so geil. Sogar Klecks will den. Mit dir hab ich noch einen höchsten... Und ja. Du bist ja nicht gut. Ich seh. Jetzt habe ich noch deine Aufmerksamkeit. Alles klar? Alles klar? Ich nehme dich. Alles klar? fond. Und ich nehme dich. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Lass mal... Lass mal Lazy landen. Lass... Ne, was zwischen euch? Sorry. Kha, du gehst mir auf den Keks. Hallo, ich find's lustig. Lass mich auf Ruhe. Guck mal meinen Status an, was Alina geschrieben hat. Ist Alina gemeingewirsen? Nee, Anime-Vorschläge. So, ich hab die zwei geschrieben. So, dann guck dich Selamon an und Georgie. Und dann schnapp mir, wenn du weißt auf den Kampagnen. Und... So, Alina, immer noch... Weißt du nicht, wenn die... Oh nein, bitte sei leise. Die ist Narzis Tochter. Ja, okay. Und Narzis hat uns den Tod geworfen. Musst du jede 20 Minuten? Ja, muss ich. Junge, du warst ein... Äh, diese... Du warst ein Queen, der hier rät, jetzt... Gar nicht. Und danach warst du ins Leben, oder? Was für... Doch, doch, die wissen es schon. Du hast ja schon alles erzählt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. Wieso, du bist sicher? Schwär. Wieso, du bist sicher? Das ist das einzige... Vielleicht hab ich in Schule welche. Na, ach... So wie Vanessa. So wie Vanessa wird. Vanessa hat sich die Fußball gemacht und mit den anderen... Warum hat sie mich dann um Abend nach Fußballspiel? Hä? Ja. Ich will dir gerne sein. Ich will mich. Wie mich. Nein, mich, Vanessa. Wie ist es dafür? Das geht nicht mit ihr. Hey, ich kenn Vanessa. Seit sie neu ist in meiner Schule. Eine 16-Jährige. Nicht die 16-Jährige, die... Das gleichzeitig. Ein Jahr jünger ist als mich. Hm? Das gleichzeitig machen. Warten. Drei, zwei, eins, los. Okay. Wie war's? Ja. Ey, was ist das? Drei, zwei, eins, los. Was klotzt du, Dissara? Was klotzt du, Dissara? Was klotzt du, Dissara? Was klotzt du, Dissara? Ich mach voll sechs, Dissara. Ich mach voll sechs, Dissara. Dein Gegner kommt, der hat keine Chance. Ich hab aber Granaten. Und wenn ich die Granaten jetzt zu ihm schmeiße, da vorne, dann ist er tot. Oh, der eine zu los. Oh mein Gott. Keiner kann was machen. Aha. Der Jünger... ...Gud.. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso ist der so fett? Ich muss wieder Genie sein, ne? Als erstes, äh, als erstes Okay Kannst du nicht mit Lila kuscheln? Nee Sie ist doch mit Zick und Sie ist in Ich muss nicht in die Oh nein, warum du schon Genie hat dann wieder Jibo Oh mein Gott Jibo Man, Javanka, sowas Krater kommt im Stall Spass, nein Stimmt, da hat der Scheiße Stimmt, da hat der Scheiße Was mit Lofty? Lofty hat mir als Ethikfreund Ich weiß nicht, ob es der echte Lofty ist Hast du, äh, Munition für Dings? Für Sturmgewehr und M4? Sturmgewehr habe ich gar nicht Und M4? Oder Pumpkan? M4 M4 Gar nicht Weil ich selber brauche Der hat 11 Schuss Oh, mein Auto einem heute Nein, Jibo, nein Ich schwitze schon wieder Kannst du mal an der Tür zumachen Alles? Bist du blöd? Wenn diese Tür nicht auf ist, kommt diese Kälte Von der Tür zum Geh doch Violetta gucken Geh du doch Violetta schauen Hab ich doch heute geguckt Ja, aber ich guck kein Violetta mehr Das ist ein 1-Hit Oh mein Gott, du 1-Hit 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 2-Hit Jawoll. Morgen wächst du die Schüssel. Und wenn du wieder die Küche auflässt, bring ich dich um, Divo, eigenhändig. Okay, geh in die Küche und bestelle die Schüssel. Was? Geht doch. Ich hab alle Schüssel fertig gemacht. Ich bin nicht fett. Ich bin dünn. Guck da mein TikTok-Video, wo ich mich gezeigt habe. Das ist scheiße. Soll ich das dann wiederholen und richtiger machen? Ja. Ja, irgendwann. Du machst so, Divo. Guck, ich hab dich jetzt mal, okay? Du sitzt, machst du so... Äh, äh, scheiße, oder was hast du scheiße? Äh, ja, hier. Aber das ist dann richtig scheiße. Und noch eine Sache. Ich hab meine Scheiße für mich ab... Ah, da ist noch mein... Das ist meine. Ich hab meine Scheiße. 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 Sollen wir verlassen kurz die Runde? Keine Ahnung Warte, lass uns hoch und versuchen eine Skybase zu bauen Weil wir runtergeschlossen werden, egal Dann einfach nur Hi Oli! Oh mein Gott, ich hab mich noch gerettet! Hi Oli, Butterfly! Ja Ich glaub ich mach das wieder richtig, der Tiktok, was ich gemacht hab Ich hab mir das stört Ja, okay Ja, tanzt du Nein! Hm? Was denn? Der Zwengel hat sich gemacht Der Zwengel trägt sich kalt wie ein Tun aus, wie seine Gardinen Was ist denn jetzt? Ich guck Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein, jetzt kommst du zu viel jetzt! Wer hat sie geschenkt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zwengel, oder? Ja 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ok, das reicht dir, jetzt... jetzt flex Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott... 7 Zuschauer gebottet oder nicht gebottet bei dir? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Die Sonne ist doch ne schlechtes Kind, Camille. Ich komm nicht klar, ich komm nicht klar, ich komm nicht klar. Ah ja! Ah, jetzt geht's doch! Ja? Was ist los? Felix! Felix! Warum? Ich heule gerade! Ja, zum Glück! Ich heule nicht halbiges im Scheißchen! Oh mein Gott! Also, ähm... Felix, warum? Warum? Ich hab gesagt, ich besorgte dir! Nein! Ich steh jetzt für immer dieses Geschenke aus, ja! Ich hab keinen Bock mehr! Warum? Ist doch erst das Erste! Erste! Wetten in eine Woche findet sie es langweilig! Nein! Das ist normal so bei jedem! Warte! Ist halt einfach so lächerlich, dass er mir so eine Scheiße schenkt! Mann! Alter! Ich hab deine Reaktion aufgenommen! Nein! 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 Oh mein Gott, sie ohne Küsten! Ich hab das Klipp! Ja... Hätte ich das Paket schicken können, hätte ich es gemacht! Nein! Und wird in selten Küsten geschrien! Ich kann nicht mehr... Ey, lass mal was machen! Ich will mir diesen, äh, Leuchtstärber holen bitte! Lass mal kurz eine Stufe machen bitte! Ich hab nur einer, weil ich hab... Also nicht... Leuchtstäbe! Ich muss... Äh... Herausforderungen machen! Ja, freu dich, dass ich nur 700 V-Box hab! Yeah! Ich hab alle Herausforderungen durch! Ich kenn auch geheime Herausforderungen! Okay, macht bereit! Ja! Lass ihn kurz nicht mal! Mh... Mh... Siehst du sprach, löst mein Herz sogar! Ähm... Dein Herz ist sogar... Also... Ähm... Ähm... Ich muss... Ähm... 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 Ich kann nicht mehr! Ähm... Wir müssen... Wir müssen... Hol dir eine, äh... Dreizack bei der... Ähm... Hora... Aalen... Insel, was? Aber das ist nur, dass... Dadurch bekommst du keine IP, sondern du bekommst einfach nur die Spitzhacke! Ja, lass ihn mal machen, bitte! Was denn von Aquaman? Ich versteh' nicht, was los ist! Warum schreist du so rum? Versteh' nicht? Jetzt noch lachen wir im Psycho! Ähm... Ähm... Nein, aber ach du scheiße, Mann! Ich hab' doch gesagt, du bereust es nicht! Ihr darfst, ne? Ich hab's auf Clip, ne? Ähm... Okay... Warte, was? Gab's Birdie? Birdie? Golf-Spitzhacke? Andere Spitzhacke? Gelexi-Frau? Was gab's noch? Das war's! Es gab keine sehr gute Scan-Kombi! Was? Golf-Schläger... Ähm... Galaxi! Nach diesem Berg nicht! Da finde ich die männlichen Galaxi ist dann viel besser eigentlich! Ah ja, und diese... Äh, und diese... Wie hieß die? Ich hab' vergessen, wie die heißt die? Gestern im Shopper! Boah, ich lade es jetzt auf TikTok! Ja, einfach mitgefilfen, und ich nach äh, 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 äh... äh, äh, äh... äh, äh, äh... ist einfach eine reaktion aufgenommen der durst sicher zu beschwerden mann jeder hat diesen skin ja okay dann schon aus dem jahr so und copyright Was musst du denn machen, alles für eine Mission? Was musst du denn machen, alles für eine Mission? Was ist das für eine Mission? Was ist das für eine Mission? Was ist das für eine Mission? du hast aber keine inhalte mehr inhalt doch ein benutzer gesperrt was hast du denn, Alter? Videos, viele. Es sind auch paar No-Skops und Snipes. Und bei einem habe ich mich gezeigt. Wo? Kannst du sogar sehen. Ist nicht so ganz gut. Eher. Mit Brille. Ja. Kann entfangen ich mal. Das benutzt jetzt jeder. Das Lied. Was ist da rein zu? Keine Ahnung. Oh nein, ich habe eine Kaffee nicht gehört. Sorry. Sorry, Matt. Okay, nicht drin. Alter, wie viele Follower hat dieser Fake Kodak? Wer? Dieser, dieser Kodak 96. So, er hat auch noch einen blauen Haken da. Der hat zu viele Follower. Puh. Ich stoppe das Tränen. Kodak. Ja, komm du Opfer. Leute, ich glaube, ich gehe gleich auf, aber ich kann nicht mehr. Ja. Obwohl, er kann mich stream heute mal fünf Stunden lang. Ja, ich schoen. Ich spiele jetzt mal ganz kurz weg. Wieso ist mir ein ganzes Team? Wiedernst du so, wenn du kannst du so ein paar Jahre lang? Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der ist nicht auf Gart. Naja, vielleicht war der kurz weg. Kann sein. Wo landet der eigentlich? Das heißt denn, der hat letzte Season gewonnen oder so. Epischer Sieg. Oh Mann, ich hab's jetzt wirklich mit ihm erklebt, ne? Oh Mann, ich hab's jetzt wirklich mit ihm erklebt. Okay, er klebt wirklich, ne? Äh, ich hab's jetzt hier einfach. Es stirbt, wenn er hier einmal reinkommt. Das ist diese eine TLM-Pine. Das ist diese eine TLM-Pine. Maltreppe. Ich mach's nicht schön, danke. Äh, Rudi aus Pudel. Äh, Grüße gehen raus. Warum ist meine Maus so komisch. Ja, warte, ich hab's noch ein Menü für dich. Ja, ich hab's noch ein Menü für dich. Äh, ich hab's noch ein Menü für dich. Ich mag die Sachen nicht. Warte auf. nur tactical oder ja weil die normalen waffen da wenn man das zieht und alles das ist so kacke bei tactical da kann man schneller schießen mit aufladbaren kann man auch schnell schießen ja aber nicht nur meins aber kommt noch auf entweder bist du blind oder hast du es nicht gesehen was guck doch mal hast du dein skin die farbe du sucht es einfach ich bin äh äh ey warte ich kenne einen guten emote dafür äh passt ich kann reiten oder du machst gar keine geräusche mehr der lama der lama ja ja das ist du 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 hast du noch standard du such lieber das lama da da ja Ich gehe glaube ich hier zum Geysir, in der Nachrichten. Ich habe lange keine SCAR mehr in Fortnite gesehen, glaube ich. Du bist halt wirklich, oh mein Gott, ich bin so blöd. Warte, ich gehe nochmal da ran. Ich war zu weit unten. Ich bin perfekt. Ich bin schon wieder zu weit unten. Meine Güte. Warte, lass mir Jumpet drehen, weil ich da noch ein Jumpet. Oder sollen wir laufen? Keine Ahnung. Ich bin eh einen guten März, wenn ich schon. Aber es ist egal, ich habe so oder so noch heal. Jetzt noch eine Angelstelle. Ja. 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 Ich habe eine gute Idee, wie ich die Purschen gehe. Ich bin jetzt mit Dante Purschen. Ich räumte mir den Helikopter weg. Wir haben ein paar Kinder. Oh nein, sie sind abgehauen. Wo sind sie jetzt? Woher gehen sie jetzt? Woher gehen sie jetzt? Ich bin hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe! Mach mal Hilfe dafür. Ich gebe. Ich hab' mal Hilfe. Das ist ziemlich gut. Nein! Schuldigung, komm! Schuldigung. Ja, oh mein Gott, das war nicht zu gut, Alter. Das war nicht zu gut, wenn ich fragen darf. Ich bin immer. Hä? Okay. Nein! Oh Gott, Scheiße, ich hab's... Oh... Nein! Warte, wo sind die abgehauen? Ah, das ist so da hinten. Lass halt ablaufen. Schmecke, wie geht's? Äh, ja mal. Wir schaffen so der Sonnachlitzung. Maradöre sind hier unten. Hast du Raketenmonet schon? Oh, ne. Erkennen mehr. Lass... Versuchen die... Ne, lass mit Jumphead weggehen. Ich hab keinen Bock auf die Maradöre. Jetzt! Nu. Äh, hier ist glaub ich jemand alleine. Ich geh den... Ich hol den Easy. Ich glaub, der ist gar nicht alleine. Da, da hinten. Der hier. Oh, wo ist denn... Wie ist die Flasher runtergefallen? Oh, das wär'n sechiger Hit. Hey, hier ist noch ein Galaxi still. Noch ein Galaxi still. Ich geh mal da rein. Schieß da mit... Oh, ne, okay. Oh, ne, okay. Ja, okay. Ja, okay, das ist nicht mehr. Hast du vermitteln? Die hat das für mich, wenn ich hab' mal... Wie ich hab' schon mal.... Steiner. So wie sie jetzt abholen? Da bist du noch... Ich hab' schon mal wo du das bist. Ich hab' schon mal... Ich hab' schon mal... Das ist ja... Stand' so... Also man hat... Ich hab' schon mal... Ich hab' schon mal... Oh mein Gott, wasijab' schon mal... Ja, ich hab' schon mal... Ja, das bei dir bin... das sind noch knapp kommt jemand pushen lasst weg rennen also weg gehen von wo also wieder kennen was er hier noch als der Klinik womit m m wir werden zu sehen sie bekommen ja auch zu meine gute nein es ist hier doch man die wo ich sterbe bitte nein nein schick dir gar die karte dann geht's auch kurz meine gute ja nein oh nein das ist was das ist ein Okay. 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 Hä? Hast du überlebt? 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 Loll. Jo. Okay. Ist ein Gegner hier, ne? Ja. Du kannst versuchen zum Startbus zu gehen. Hm? Ich versuch einfach selber zu gehen. Erst. Hör auf Granaten rein. Irgend hier. Nimm mich einfach. Was? Oh nein. Noch die Sohn. Ich glaub hier komm ich nicht raus. Doch. Hier mich. Bau einfach zu. Hier mich. Oh ne. Oh das sind zwei. Krass. Das ist wilder. Das ist da von vorne. Oh. Oh mein Gott. Hä? Was? Das ist krass. Dann. Oh das ist. Oh. Oh ne. Oh ne. Oh, das ist wirklich. Oh ne. Was ist es? Oh, das ist ein großer Neid? Oh nein. Oh nein. Um . Oh nein. 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 bleib einfach da am kämpfen ich habe ein fritz für dich immer sollte sich mal bitte in die sonne die schweine mit der wort aber egal was heute auf den account was heute morgen online ist auf den account wir auch in den jahren nicht gesehen oh mein gott ich kann noch sechs mal bauen weißt du was ich habe ihn bekommen hier guckt der hat mir schon 30 jetzt schon geschenkt zwei pek echsen und ja hallo wie geht es ihnen hier bin ich wieder der hat mir schon 23 ins geschenkt Ja, er würde mir eher den Pack holen, aber Packs kann man nicht verschenken. Sie hat mir jetzt schon drei... Kann man geschenken? Das kann man nicht verschenken. Sie hat mir jetzt schon drei Skins geschenkt, zwei Pick-Echsen. Boah, das ist... Pick-Echsen. P...Picke. Picken. Ich filme schon seit zwei Stunden, Mama. Und das Ding ist... Ich habe vier Zuschauer. Vier. Nicht mal reinschreiten. Vorne mal sieben. Guck, Mama. Oh, guck mal, wie... Hier... Ja, würde... Das ist weiblich. Der weiblos. Der ja hat auf einen anderen... Guck, der... Wir hatten keinen... Der ist neu. Die Frau ist jetzt neu. Der andere von F9 haben wir gemacht. Der war der, der will nicht. Der ist neu. Mama, guck. Guck mal, wo... Mama... Mama, Mama weiß noch, wo ich... Mama... Früher immer so einen, den erkannt hatte auf PS4, wo ich... Jibo! Hi! Mama, warte, warte. Wo ich keine Skins hatte. Und dann guck mal jetzt. Was? Mein spinnt an. Guck mal. Und den, Felix, hat mir den Skin hier geschenkt. Er hat... Auf meinen Hauptaccount, also meinen richtigen Account, ich hab noch einen. Und den hier hat er mir geschenkt und den hier. Und er hat mir diese PKX hier geschenkt und er hat mir diese PKX geschenkt. Oh, und dazu waren die Rücken, das war hier, den hier und äh, hier. Warte mal, wie viel Grad ist es gerade? Jo, jo, es geht, halt. 32 Grad. Hey. Heute ist Samstag, jawoll, dankeschön. Mama, Mama, ich schreibe mir so, äh, wir sind auch am. Okay, warte, feier uns. Jetzt hör mal ein Bett auf, der ist gut, aber der ist vier Wochen. Ich glaube, ich bin jetzt streamen. Ich bin jetzt streamen. Ich kann nicht mehr. Okay, Leute, dann ciao. Äh, ich hoffe euch hat's gefallen. Äh, ich hoffe euch hat's gefallen. Danke mal an jedes Abend. Auro und Like. Ciao, Leute. Und wir haben's doch. Ciao. Ich würde gerne einen haben und, äh, ja, es ist dein, äh... Okay, ciao, Leute. Töchter.